Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together World of Tanks mit dem Cake, dem Sparky, hallo und dem Pfft Dog. Hallo. 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 Yes, folg mir mal jetzt in die Stadt, wenn du da hin willst. Das ist nicht die IS-3. Ja, lass mal erstmal die IS-3 wegknüppeln. BAM! Ja, also ich mach bei der kein Damage. Ich weiß mal nicht mal, ob ich treffe. Ich hab noch nicht die Top Gun, deswegen weiß ich's nicht. Also, äh, so. So, also dynamische Kamera aktivieren, das machen wir gleich mal wieder aus. Ich hab meine, glaub ich, noch an. Ich hatte die ganze Zeit an, ich wusste gar nicht, dass ich die anhab. Deswegen hab ich immer so schlecht gespielt. Ich muss den auch mal wieder ausmachen. Spiel mal kurz eine Runde damit und dann... Also, die eben Runde und davor auch. Das ist so eine Sch... Fuck, hier ist... Oh, fuck, hier ist die IS. Ich weiß nicht, IS-3, die habt ihr doch eben schon mal gehört. Hast du denn überhaupt der Mikro richtig hingestellt? Nein. Können wir die Folge eh gleich in... Müll kloppen. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ah, Mikrofon. Eins, Feuer. Hallo. Ich hab mir mein Mikrofon wieder an der richtigen Stelle. Nein, wir wollen ja nicht, äh... Doch wollen wir. Hälte jetzt... So, jetzt fahr mal weiter hier. Warum hab ich genau den Abpraller, wenn... Hier. Ich hab jetzt auch mal mit was eingestellt hier von wegen, ähm... Nachlademechanismus auf der Maus. Ich hab jetzt quasi, wenn ich das Mausrad nach links drücke, Standard, Moni. Das ist nach rechts, HE. Und in der Mitte, Premium. Also, einmal draufhauen, dann hab ich... Zweimal draufhauen, dann hab ich Premium. Au, 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 Mami, Mami. Ha, abgeprallte Loser. Au, durchgekommen. Aua. Vielleicht soll ich jetzt mal in unserem Premium laden. Ich bin mal eingekratzt. Ich sterbe. Oh, oh. Ah, ha, ha, ha. Mann, das war jetzt nicht so geplant. Die IS-3 ist, by the way, durch, also. Fuck. Ich konnte sie nicht mehr aufhalten. Alter, ich hab nur ihre Kette zerfetzt. Ja, warte, ich schieß drauf. Wow, toll. Hol sie dir. 16. Toll, der hat mich gekettet. Ja, ja. Alter, du hast gesagt, hol sie dir, ne? Ja, ich hab gesagt, ich muss nachladen. Wenn ich jetzt aber fertig gelandet hab, dann schieß ich doch drauf. Und Simon, du hast gesagt, du bist gekettet. Und es war nicht klar, ob der jetzt den... Ja, ich hab aber repariert. Das hat man noch gesehen. Nee. Wie soll ich bitte bei dir zugucken, wenn ich irgendwie noch lebe und auf einer IS-3 gehe? Außerdem höre ich gerade Sparky zu. Also ich wechsle immer hin und her, aber da hab ich gerade nicht bei dir gesehen, dass du repariert hast. Vorsichtträger. Die Musik ist nur noch zu laut, glaube ich. Hey, 150. Doch, das ist so ungenau, dieses scheiß Ding hier. Alter, was war das denn? War das der Boa sich? Klamm so, ne? Man auf ein von den Schiffen drauf landen und dann irgendwie da so drauf stehen bleiben? Kann man da auch irgendwie mit dem Losfahren dann? Nee, aber das würde mich mal im Übungsgefecht interessieren, ob man da irgendwie rauf fahren kann. Das machen wir gleich mal nach der Aufnahme. Ja, probieren wir mal aus. Wäre auch gerne, wenn du einmal so einen Ansprung nimmst, dann so rüber schipperst du. Ja. Das kannst du eigentlich auch aufnehmen, ne? Nee. Obwohl... Boah, theoretisch. Können wir mal machen. Alter, krass. Ich hab zwei in Stock. Wir haben verkackt. Mein auf, 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 mein auf. Okay, jetzt zieht nach. Boah, komm. Lol, und die schießt auch noch auf, na toll. Wie viel Schuss? Äh, wie viel Kosten pro Schuss? Äh, keine Ahnung. Aber ich glaub, 1000 erreicht's schon. Keine Ahnung. Ist das die KV1S-Gun? Jop. Dann muss ich dich leider töten. Boah. Ich hab nicht die... Mausgun. Ja. Nein. Ja, natürlich. Aber das müssten wir mal machen. Irgendwie so ein Panzer zusammenbauen können. Einfach nur so aus Fun. Also so wirklich Artillerie-Kanone. So genau wie, äh, T-49. Lebt auch so schnell nach wie ein Einser. Also weniger als eine Sekunde. Und macht, hat eine Panzerung. Wie, ja. Ja, P, das reicht. Nee, äh, ist ein Zehner dann. Ein Elfer mein ich. Hat eine Panzerung von 500. Überall, auch hinten. Also kommt da nix durch. Außer noch ein anderer Elfer. Feuer! Wir machen ein bisschen Vogelperspektive hier. Artie View. Das war jetzt nicht das beste Game, weil du mir natürlich nicht. Hey, komm, Digga. Ja, was ist? Du killst dir jetzt mir alles. Wollen wir das jetzt so machen? Ja, wollen wir machen. Guck, ich hab mein Damage gemacht dazu. Hätte ich den Kill, dann hätte ich ihn. 7.000+. Weißt du was? Ich lade euch ein. Nee, bei Übungsgefecht muss ich machen. Das hast du mir mal gesagt. Doch. Das hast du mir mal gesagt. Lass ihn doch einfach. Welche Karte war denn das? Haha. Küste, oder? Nee. Doch. Nee. Warum? Lakeville? Nein, nein. Auch nicht. Warte, ich guck kurz. Fishing Bay. Hafen irgendwas. Warte, hier, Fischerbruch. Genau, Fischerbruch. Hab euch eingeladen. War schneller. Ja gut, dann geht zu ihm rein. Du Löscher. Sein. So, jetzt alle den besten, schnellsten Panzer nehmen, den sie haben. Halten nicht IS, das wär ein bisschen... Den schnellsten, den ich habe? Was macht hier, 71? Ich dachte, der ELC ist besser. Oder schneller. P71 ist aber knuddeliger. Okay, dann los. Gehen wir eigentlich gleich noch auf, oder wie? Wir sind immer noch dabei, mein Lieber. So, okay. Ja, also von mir aus ganz los. Ja, 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 ja. Wir machen jetzt also ein Übungsgefecht, wo wir machen. Mal gucken, ob wir es schaffen, hier, äh, darüber zu springen. Und dann wegzustippern. Ah, wegschippern wird nicht funktionieren, aber drauf landen wird funktionieren. Wär geil, wenn das einfach so untergeht, so platsch. Ja, das wär witzig. Scheiße wär's, wenn du durchspringst. Einfach so. Und ob das einfach nur Szenerie wäre, die einfach wie so ein Baum einfach weg ist, einfach so ein Busch oder sowas. Nee, das, das ist es nicht. Nee. Da kann man ja drauf landen, das hab ich schon mal gesehen im Gefecht. Weil die zu blöd waren, zu bremsen. Dann einfach weiterfahren. Kommt man denn auch wieder hoch? Ähm, nee, das ist es ja. Also auf jeden Fall kommt man auf diesen Steg bei... Da. Kommt man hoch und wieder runter. Aber ich weiß nicht wie. Ich hab auch nicht den richtigen Panzer dafür. Weil ich es wenigstens schnell. Vogelperspektive. Kann ich auch. Hast du so einen Mod? Ja. Ich hab's gleiche wie du. Nur mal so zur Info. Hä? Du hast doch Dickelwitz-Modpack, oder? Ja. Ja, genau, das hab ich auch. Ich nicht. Dann hast du doch schon die richtige Konfig. Na, ich... Da kann man doch verschiedene Häkchen machen, du Juni. Ach ja. Mein Panzer ist ein bisschen zu fett dafür. Da wär der ELC am X doch ganz gut gewesen. Hab ich's doch gesagt. Halt die Schnauze. Nimm einen. Passt du ja nicht, ich hab doch immer recht. Versuch, tu mal da rein zu fahren. Fast immer, hab ich. Das wär nicht so, nicht so. Ja... Soll ich die schieben? Nein! Nein! Alter, schrei mal nicht so, ey. Doch. Warum? What the fuck? Aua. Ich fall gleich. So, mach mal da. Habt du geküsst dich? Ich hab's nur gehört. No, jetzt steh ich hier fest. Ich stecke. Soll ich dich schieben jetzt? Ne, man kann ja nicht weiterfahren. Warum nicht? Ich komm hier nicht weiter. Ha! Ja, ich fahr dann mal, ne? Ich auch. Ciao. Tschüss. Ey, nein, warum machst du das, T-71? Crew killed. Nein. Ja, dann start halt nochmal und ich nimm meinen AMX noch dazu. Crew killed. War hier. Ui. Die Gegner versunken. So, jetzt bin ich da. Also, jetzt, wir AMX, okay. Älch. Hab ich auch bald. Irgendwann. Ja, wenn du mal weiterführen würdest. 638. Ja, AMX 40 macht keinen Spaß, Alter. Ist mir egal. Ich hab da schon 7000 Erfahrungen drauf. Und ich werde ihn einfach mit freier Erfahrung überspringen. So, und jetzt kommen wir alle bitte zu F0. Dahin. F0. F0. Ja, F0, okay. Also, F1. Ja, genau. F1? 100%ig. Alt und F4, bitte. Was für eine Tastendrück? Simon, ist das eine deiner Gamer-Tastatur? Nein. Ja, nein. Was für eine Gamer-Tastatur? Ja, die, die weiße. Ja, das ist die Gamer-Tastatur. Guck mal, das Haus da hinten muss leiden. Ihr wollt nicht wissen, was ich für eine Tastatur benutze. Du wirst nicht wissen, was niemand für eine benutzt. Ich benutze so eine von so einer alten Schule. So eine vergammelnde. Kommt ungefähr hin. Seine ist voll glitschig auf den Tast. Oh, nee, ey. Nein, nicht unbedingt. Doch, die ist voll glitschig. Oh, da kommt eine Wand. Aua. Ja, nur weil ich da... Alter, hier kommt man hoch vielleicht. Aber dann wär's doch klebrig. Na ja. Wartet mal kurz, wartet mal bitte kurz. Ja, wartet, ich will kurz was ausprobieren. Okay, wir müssen hier alles kaputt machen. Boom. Einfach mal bitte kurz warten. Ich will dich scopen. Scopen? Scouten meinst du, oder wie? Scopen. Scopen? So, und jetzt ranzoomen. Wo? Ich hätte dich fast angeruckelt. Geht mal weg da, ge... Nee, bleibt einfach so stehen. Bleibt einfach so stehen, bitte kurz. Du hast Anlauf, ne? Alter, wie schnell der einfach ist. Feuer. Nein. Schade. So, ja, was sollen wir... Was sollen wir jetzt machen? Wir wollen nochmal schwimmen, also auf dem Schiff landen. Ha, nicht voll jetzt fahren. So, komm mal mit, komm mal mit. Der ELC wird wahrscheinlich das können. Und wir werden das wahrscheinlich nicht können. Auf dem Schiff, oder was? Ja, fahr auf das Schiff. Ja, toll. Der Baum stört jetzt eigentlich ein bisschen. Ich weiß. Nee, bitte nicht schieben, bitte nicht schieben. Wir machen gar nichts. Alter, der passt da genau rein. Ja, hab ich doch gesagt. Nein, ich hänge. Wollt ihr schieben? Ja, musst nur ein bisschen manövrieren. Alter. Das glitscht ein bisschen, ne? Minimal. Die Stadt geil, ne? Ich scoble dich verschwunden. Alter. Das war knapp. Ich scoble dich gerade auch. Ich würde durchs Boot durchfallen. Das sehe ich jetzt schon. Guck mal, wenn ich jetzt... Nein, nein, halt. Oh, Alter. Loool. Krass. Ja, okay, also diese Boote... Meinst du, du kommst durch einen Rückstoß wieder hoch? Loool. Ja, okay, ich glaube, diese Boote sind wirklich nur Textur. Aber ich habe... Nein, 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 nein. Nein, nein. Alter, habt ihr es gehört da? Alter. Mach's nicht so, dass... Nein. Hör auf. Hör auf. Komm mal, Alter. Ich will da jetzt aus das Boot hinten drauf springen, so. Halt, 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 warte auf mich. Nein. Hilfe. Ich brauch Hilfe. Oh Gott. Ja, dann helfe ich dir gleich mal. Nein, der braucht keine Hilfe. Nein, ich komm hoch. So, okay. ihm ist nicht mehr zu helfen ja das kann ich aber auch nicht ja ich weiß uns beiden ist nicht mehr zu helfen also habe ich was gemeint sagen ich will auf so'n scheiß Boot drauf springen ich will Sachen kaputt machen wollen wir umfahren AAH HILFE AAH HILFE ich hab 6 Damage von dir kassiert ich hab 33 ja wir nehmen das Boot hier in der Ecke was in welcher Ecke das dahin dieses blaue das gehört mir ok dann nehme ich das hier vorne ich brauche mal ein bisschen Anlauf da ist bloß nicht diese Pfeiler warte kurz, warte kurz noch ich will hinter dir her springen warte ich muss kurz rüber scopen ob das funktioniert tadaaa ich bin aufm Boot ich bin aufm Boot guck mal mal kurz bei Simon wie das da aussieht hollolol so ich probier's jetzt mal ob ich jetzt durchfalle oder nicht also ich auf jeden Fall nicht einfach durchgeplumpst du fällst einfach durch du fällst da einfach so wie in Zeitlupe durch und wo ist der Stork jetzt? aufm Fü- aufm Fücherboot ich war auf dem Fücherboot ach so ich hab den gerade gar nicht gesehen so ich äh bedanke mich fürs zuschauen Raum löschen bis zum nächsten Mal tschüuuu nein wieso hast du, wieso hast du Raum gelöscht? nein